Wir benutzen die Einsatzzentrale seit mehreren Jahren und seit einem Jahr sehr intensiv und haben uns auch sehr gut reingearbeitet und sind sehr zufrieden damit. Ich sehe den Vorteil in der Einsatzzentrale, dass ich zum Beispiel Pflanzenschutzmaßnahmen oder Düngemaßnahmen oder auch Bodenbearbeitung auf meinen Flächen vorausplanen kann. Meine Mitarbeiter und ich selber sehen auf dem Traktor oder auf der Spritze selber, was hier auf dieser Fläche geschehen, sehe die Feldgrenzen, sehe die Spuren, die angelegt worden sind und kann eigentlich direkt loslegen. Egal wo ich bin, kann ich sehen, was meine Mitarbeiter machen, sehe, wo sind wir, heute ankommen, bei welchem Ziel und habe auch eine gewisse Datensicherheit, kann zum Beispiel auch zurückverfolgen, was wurde alles auf dem Feld gespritzt oder gedüngt. Die alte Arbeitsweise möchte ich eigentlich nicht mehr machen, jeden Abend im Auto rundfahren, alle Flächen zu kontrollieren. So mache ich es jetzt lieber abends, wenn ich zu Hause bei der Familie bin und kann nochmal gerade aufs Handy schauen oder aufs Tablet und sehe, okay, wir haben heute die und die Arbeiten vollrichtet. So hat man auch wieder mehr Zeit zu Hause für die Familie. $20,000 $1,000 $20,000 $20,000 $26,000 Vielen Dank.